Mein Freund, wie schön euch wieder zu finden. Ihr habt euer Leben für mich an den Fremden registriert. Ihr seid wahrlich eines der gesegneten Kinderarchais. Erlaubt ihr als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit, ein bisschen Wissen auf den heilenden Künsten mit euch zu teilen. Wenn euch der Sinn nach hohen Pfeilen zaubern steht, solltet ihr Edgar aufsuchen.